Ich bin Katharina Spurling-Kafl, die Geschäftsführerin von AXL International GmbH und wir vertreiben gemeinsam mit unseren Händlern die Original-Schliff Spurling Light Live Tools in Europa. Und November ist ja der Monat, der uns langsam zur Ruhe kommen lassen soll. Zurückblick aufs Jahr und ich lade Sie ein, bei diesem Rückblick für alle dankbar zu sein, für die guten wie für die negativen Erfahrungen, weil es heißt ja immer, jede negative Erfahrung hat auch ein Geschenk in sich. Und November, ich schaue immer, dass ich spätestens im November meine Weihnachtsgeschenke schon habe, und damit ich nicht in den Weihnachtslubel eintreten muss und damit total gestresst in die Weihnachtstage gehe. Und vielleicht sind sie ja genauso und deshalb haben wir unseren Black Friday Special, der ja auch in Europa inzwischen Einzug genommen hat, vorverlegt, sodass Sie in aller Ruhe schöne Geschenke für Ihre Lieben aussuchen können. Und denken Sie daran, die Light Live Tools bringen Gutes nicht nur für den Beschenkten, sondern auch für sein Umfeld. Und ich möchte diesen Monat November, der in Amerika Thanksgiving zelebriert wird, nutzen, mich bei Ihnen zu bedanken für Ihre Loyalität, für Ihr Interesse an den Light Live Tools und natürlich auch für mein tolles Team in Amerika, das die Tools herstellt, sowie für meine Mitarbeiter hier in Deutschland, die wirklich guten Customer Service leisten und Sie beraten, damit Sie die richtigen Tools für Sie und für Ihre Familie finden. Also herzlichen Dank an alle und genießen Sie die Zeit, bereiten Sie sich langsam vor auf Weihnachten, machen Sie Stress frei und lassen Sie es sich gut gehen.